So, also jetzt möchte ich mal eins richtig stellen. Mein Johann Lafer, ich nenne ihn ja gerne meine Zeranfeld-Ballerina zum Beispiel, ist in Wirklichkeit mein bester Freund. Das stimmt tatsächlich, Johann ist ein ganz feiner Kerl, nur der wahre Johann Lafer wird natürlich gedubelt im Fernsehen. Den, den Sie sehen, ist nicht wirklich Lafer. Das hier ist Johann Lafer. Johann Lafer ist wirklich, wie soll ich ihn ausdrücken, mein Idol. Dieser junge Mann kocht fantastisch, ist nur sehr medienscheu, deswegen mussten wir ihn dubeln. Aber ansonsten, deswegen schlafen wir auch in einem Zimmer.